Sichtbarkeitssteuerung einzelner Objekte Mit der Sichtbarkeitssteuerung einzelner Objekte können Sie in Vectorworks ausgewählte Objekte nach Belieben komplett ausblenden, transparent darstellen oder isoliert anzeigen. Arbeits- oder Präsentationsansichten mit Ihren wichtigsten Objekten sind damit schnell erstellt. Ausgewählte Objekte lassen sich über Menübefehle ausblenden und werden standardmäßig transparent hellblau dargestellt. Alternativ können Sie diese mit der Schnelleinstellung Darstellung ausgeblendeter Objekte auch vollständig unsichtbar machen. Auch mit der N-Taste können Sie zwischen den Sichtbarkeiten wechseln. Über Alle Objekte einblenden oder den entsprechenden Menüpunkt werden Objekte wieder sichtbar. Der Befehl Nicht aktive Objekte ausblenden, isoliert aktive Objekte und blendet alles andere aus. Nutzen Sie das Werkzeug Sichtbarkeit ändern, um einzelne Objekte, ganze Klassen oder Ebenen ein- oder auszublenden. Die Methode Sichtbar machen hebt vollständig ausgeblendete Objekte hervor, damit Sie sie leichter identifizieren können. Um alle ausgeblendeten Objekte sichtbar zu machen, können Sie einfach die entsprechende Option aktivieren und das Werkzeug oder dessen Shortcut doppelt anklicken. Mit dem Befehl Objektsichtbarkeit legen Sie eigene Kriterien fest, um mehrere Objekte gleichzeitig ein- oder auszublenden. Ebenso können in der Datenvisualisierung individuelle Kriterien diese Sichtbarkeiten steuern. Und Objekte, deren Attribute nicht durch eine Datenvisualisierung verändert werden, können Sie vollständig ausblenden. Bei mehreren Ansichtsfenstern können Sie in jedem die Sichtbarkeit individuell einstellen, um in einem Fenster Objekte zu sehen, die in einem anderen nicht sichtbar sind. Beschleunigen Sie Ihre Präsentations- und Dokumentationsprozesse mit individuellen Sichtbarkeiten. Wenn Sie Objekte ausblenden, wird die Sichtbarkeit gespeichert, damit Objekte für die Präsentation leichter hervorgehoben werden können. Ausgeblendete Objekte sind hier dann unsichtbar und nicht nur transparent. Sichtbarkeitsänderungen bleiben hier erhalten, wenn geänderte Objektsichtbarkeiten übernehmen aktiviert ist. Bei gesicherten Darstellungen bleiben ausgeblendete Objekte bei aktivierter Option Objektsichtbarkeit sichern auch in der gespeicherten Darstellung ausgeblendet. Wenn Sie das Sichtbarkeit ändern Werkzeug in Ansichtsbereichen verwenden, können Sie über Objekte fahren und sie ausblenden, ohne zur Konstruktionsebene zurückkehren zu müssen. Das Werkzeug Sichtbarkeit ändern, erlaubt Ihnen ebenfalls ausgeblendete Objekte im Ansichtsbereich wieder einzublenden. Falls Sie alle Sichtbarkeiten eines Ansichtsbereichs zurücksetzen möchten, können Sie die Option Objektsichtbarkeit zurücksetzen in der Infopalette auswählen. Mit dem Ändern von Sichtbarkeiten einzelner Objekte können Sie Objekte schnell und einfach ein- und ausblenden. So erstellen Sie mühelos Arbeits- und Präsentationsansichten, die genau das zeigen, was Sie benötigen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.